In diesem Video zeige ich dir, wie du auch als Anfänger Millionen am Tag verdienen kannst in GTA Online. Also bleib jetzt auf jeden Fall dran und hau mir gerne ein Like rein. Bomb das Video auf jeden Fall mit Kommentaren voll, damit der Algorithmus mal wieder richtig reinkickt. Schau auch nach, ob du meinen Kanal schon abonniert hast und wenn nicht, dann tu das jetzt auf jeden Fall und aktiviere noch die Glocke. Dann verpasst du kein Video mehr von mir und du bist immer auf dem neuesten Stand in GTA Online. Und ganz wichtig, du hast mega viel Geld in GTA und jetzt würde ich sagen, grüße ich wieder die ersten drei Leute, die mein letztes Video kommentiert haben. Das waren nämlich Emre, Paul und Robin Gela. Wenn du auch in einer meiner nächsten Videos von mir gegrüßt werden möchtest, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und sei eben einer der ersten drei Leuten, die mein Video kommentiert haben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Euch viel Spaß und let's go. Hol dir 10% Rabatt bei meinem Partner JG Gaming mit dem Code Piero. Bei JG Gaming findest du alles, was dein GTA Online Herz begehrt. Egal was du brauchst, sei es ein Money Boost, ein Rank Boost oder auch ein Unlock All Account, bei JG Gaming wirst du auf jeden Fall fündig. Auch für andere Games findest du bei JG Gaming einige Artikel, sei es Fortnite, FIFA oder auch andere Games. Also check auf jeden Fall nach diesem Video JG Gaming ab und spare mit dem Code Piero 10% auf deine Bestellung. Kuss, Kuss und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, starten wir jetzt auch rein in den heutigen Money Trick. Dafür geht ihr erstmal ins Casino und begebt euch zu den Spielautomaten. Bevor mir jetzt einer von euch reinschreibt, das würde nicht mehr gehen, bleibt einfach dran. Ich werde das hier in diesem Video alles erklären und aufklären. Dann müsst ihr einmal in die Playstation Einstellung gehen und dort auf den Reiter Netzwerk. Da müsst ihr dann zweimal PS-Taste drücken, damit ihr wieder ins Spiel kommt. Zweimal PS-Taste drücken, damit ihr wieder die Netzwerkverbindung seht. Ihr wisst glaube ich, wie das gemeint ist, damit ihr eben nur zweimal PS-Taste drücken müsst, um auf die Netzwerkeinstellung zu kommen. Dann müsst ihr noch einmal euer Outfit wechseln, damit ihr unten rechts im Spiel eine orangene Ladeschnecke bekommt. Das heißt, dass euer Spiel abgespeichert wird. Und dann könnt ihr schon an den Spielautomaten gehen. Ich empfehle euch da immer, den ägyptischen zu nehmen und dann könnt ihr euch schon ransetzen und immer auf den Höchsteinsatz wetten. Setzt euch dann immer ein Ziel, bis wann ihr zocken wollt, um dann die Netzwerkverbindung zu trennen. Denn wenn ihr viel Verlust macht, dann müsst ihr einmal die Netzwerkverbindung trennen, um eben keine Jitons zu verlieren. Wenn ihr viel gewinnt, dann steht ihr einmal auf und wechselt euer Outfit. Es gibt jetzt immer mal Leute, die mir gesagt haben, das würde nicht mehr gehen, Rockstar Games hätte das gepatcht und naja, nicht wirklich. Also Rockstar Games speichert ja zwar ab und zu immer das Spiel, alle 5-6 Minuten, aber das könnt ihr ganz leicht umgehen. Ihr stellt euch zum Beispiel einfach einen Timer auf 3, 4, 5 Minuten und wenn ihr diese Minutenzahl erreicht habt, dann die Netzwerkverbindung trennen. Und wenn ihr dann wieder in den Online-Modus geht, werdet ihr nichts verlieren. Also wenn ihr wirklich sicher sein wollt, dass ihr nichts verliert, sonst verliert ihr vielleicht 20.000 Dollar. Aber sind wir mal ehrlich, ihr macht irgendwann richtig fett Gewinn. Ich habe mit 100.000 Dollar angefangen oder mit 150.000 Dollar, 140.000 Dollar und hatte dann auf einmal 300.000 Dollar und das innerhalb von ein paar Minuten. Ich habe das glaube ich 10 Minuten oder so gemacht, also nicht unbedingt lange und damit macht ihr wirklich viel Gewinn. Wenn ihr jetzt eben auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr wie gesagt alle 4-5 Minuten Netzwerkverbindung trennen oder eben auch immer, wenn ihr verliert. Wenn ihr verliert, könnt ihr die Netzwerkverbindung trennen und wieder ins Spiel rein und dann wieder versuchen. Also keine Ahnung, setzt euch immer ein Ziel, wie viel ihr verlieren wollt. Zum Beispiel 10.000 wollt ihr verlieren, dann trennt ihr die Netzwerkverbindung oder 20.000 Dollar. Bei mir waren es jetzt knapp 40.000, 50.000 Dollar, die ich verlieren wollte und dann wieder Netzwerkverbindung trennen. Aber Leute, ich sage euch ehrlich, damit könnt ihr wirklich viel Geld machen und das Ganze geht auch noch. Ich habe das heute erspielt, dann wann eben das Video rauskommt und bei mir seht ihr, dass ich damit Profit gemacht habe. Ich habe, als ich die Netzwerkverbindung getrennt habe, auch ich glaube 30.000 verloren. Das liegt eben daran, dass Rockstar Games jetzt ab und zu immer das Spiel speichert, um das eben zu verhindern, dass man jetzt eine Stunde dran sitzt und dann die Netzwerkverbindung trennt. Aber wie gesagt, das könnt ihr ganz einfach umgehen, wenn ihr euch einen Timer stellt. Ich denke, jeder von euch wird ein Handy haben oder einen Wecker. Dann macht ihr das immer alle 3, 4, 5 Minuten. Netzwerkverbindung trennen, wenn der Timer klingelt und dann wieder ins Spiel rein. Dann verliert ihr nichts, Leute, weil Rockstar Games speichert nicht jede Minute euer Spiel neu. So ist es nicht alle 5, 6 Minuten, bin ich der Meinung. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr mit dem heutigen Trick viel Geld macht. Noch mal ganz kurz erklärt, ihr geht an den Spielautomaten, bereitet eure Netzwerkeinstellung vor, wechselt euer Outfit, setzt euch dann an den Automaten ran auf Höchsteinsatz und setzt euch dann ein Limit, bis wie viel ihr zocken wollt. Wenn ihr verliert, bis zu der Summe oder alle 3, 4 Minuten, Netzwerkverbindung trennen und wieder rein in den Online-Modus. Und wenn ihr gewinnt, aufstehen und das Outfit wechseln, damit ihr die Ladeschnecke bekommt und sich das Spiel abspeichert. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach auf jeden Fall viel, viel Geld mit dem heutigen Trick. Lasst mir ganz, ganz viel Liebe in den Kommentaren da. Haut auf den Like-Button. Wäre geil, wenn wir heute eventuell die 200 Likes packen würden. Ich weiß, es ist enorm viel verlangt, aber eventuell macht ihr mir die 200 Likes ja voll. In diesem Sinne bin ich jetzt raus. Haut rein und ciao Leute.